Ja, hier möchte ich euch unseren kleinen Max vorstellen. Er ist ein ganz ganz toller Hund. Und der Max hat auch eine ganz besondere Geschichte. Er ist auf der Straße aufgewachsen und dort hauptsächlich in einer Militärkaserne. Aber der Kommandant dort, der möchte das jetzt nicht mehr. Und deswegen hat die Eva, die ja auch die Straßenhunde bei uns in Paramos füttert, den Max hier mitgenommen ins Hundehotel, wo er vorübergehend bleiben darf. Aber eine Lösung für immer kann das natürlich auch nicht sein. Von daher wäre es natürlich ganz toll, wenn wir jemanden finden würden, der sich für den Max begeistern kann. Ich denke, das ist gar nicht so schwer, denn der Max ist ein ganz lustiger, lebensfroher Hund. Am Anfang ist er sicherlich ein bisschen schüchtern und braucht seine Zeit, bis er sich an seine Familie, an sein neues Frauchen, an sein neues Herrchen gewöhnt. Aber wenn er mal angekommen ist, dann ist es ein absoluter Traumhund. Na, Max? Ja, da lachst du. Da lachst du. Na, komm mal her, Max. Also, ganz viele Grüße von dem Max hier aus Neaparamos. Und wir würden uns freuen, wenn er schon bald eine Familie in Deutschland gefunden hätte. Tschüss.